So, und nicht, dass ihr denkt, ich trage tagelang dasselbe Outfit. Wachiere ich jetzt mal. Tada! Nein. Ich bleib schon noch über. Irgendwie sehe ich sehr dunkel aus. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also, nun folgt eine Rezension, die ich euch schon lange, lange, lange vorstellen möchte. Und der Dave Andy hat mich letzte Woche darauf hingewiesen und gefragt, was ist denn damit. Und er hat recht, jetzt kommt sie. Und zwar, ich habe jetzt hier drei Bücher. Es gibt mittlerweile fünf. Das vierte habe ich noch nicht komplett gelesen. Habe ich mir am Anfang gelesen und hatte irgendwie keine Lust mehr. Ich weiß irgendwo, warum. Ich muss mir hier stoppen. Hier geht es nämlich jetzt gerade überall los. Also, es geht um Casey Daniels Tote Paten küssen besser. Ich esse meinen Titel. So, ich muss euch dazu was erzählen. Ich habe dieses Buch bei Lovely Books letztes Jahr Weihnachten im Adventskalender im, ich glaube in der Vampir oder Fantasy oder so Gruppe gewonnen. Ach, jetzt kommen mir schon die Tränen. Und ich persönlich hätte mir das, wenn ich das im Laden gesehen hätte, nie gekauft. Nie. Ich finde die Optik so bescheiden. Ja. Leute, wirklich bescheiden. Ähm. Ne. Der Inhalt klang ganz gut. Ich habe es mir wirklich angeguckt, gelesen. Finde ich super. Wie gesagt, ich glaube, das sagt schon was, wenn ich schon drei Bücher davon gelesen habe. Wie gesagt, der vierte liegt hier. Der fünfte ist jetzt gerade rausgekommen. Ja, oder ist jetzt Moor rausgekommen. Und ja. Also, erstmal zeige ich euch das erste Buch. Und es sieht wirklich bescheiden aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Es ist also pink. Sie hat orange Haare, worauf immer. Und dann ist dieses Skelett, so ganz blöd, ich weiß nicht, wie wir erkennen können, animiert. Also es wirkt so animiert. Und es ist erschienen im Feder- und Schwert Verlag. Und lieber, lieber Feder- und Schwert Verlag, ja. Ich mochte eure alten Charlene Harris Vampirbücher. Und auch viele sehen wirklich gut aus. Hier zum Beispiel die, das sind die Original-Fieler und Schwert. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht erkennen. Fieler und Schwert. Charlene Harris Bücher von Suki Stekos. Wirklich wunderschön. Aber, was soll denn bitte das? Ja. Also das ist ganz schief. Vor allem sieht man auch den Rand, wo diese Figur wohl ausgeschnitten und auf den Hintergrund geklebt wurde. Und hinten drauf soll ein Friedhof, oder auch im Hintergrund ein Friedhof abgebildet sein. Dann sieht man kaum. Und es sieht einfach nur hässlich aus. Kosten tut das, 9,95. Yep. Taschenbuch, wie gesagt, im Feder- und Schwert Verlag erschienen. Ich zeige euch jetzt mal noch zwei andere. Ich weiß gerade nicht, welche Reihenfolge. Müsste ich dann mal genau gucken. Also hier haben wir... Das Schlimmste ist sowieso das Neueste. Was ist das? Ich glaube, das ist das Neue, was ich noch gar nicht gelesen habe. Moment. Nein. Also das Neueste ist noch schlimmer, weil das ist vorne drauf in einer anderen Farbe wie hinten drauf. Also es wird immer noch schlimmer. Hier hätten wir sie so. Da finde ich sie jetzt relativ schick noch. Das Skelett ist wieder mal so überhaupt nicht pralle. Und dann hinten wir noch hier. Ich glaube, das ist der zweite. Ich bin mir noch nicht sicher. Ist auch so semi-hübsch, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, weil sie da wirklich orangener Haare hat. Hat sie irgendwie fast drauf. Vor allem, guckt euch mal den Unterschied Haarfarbe technisch. Ich glaube, das könnt ihr erkennen. Zwischen diesen beiden Covern an. Ja. Egal. Es soll jetzt um dieses Buch gehen. Das ist der erste Teil der Reihe. Und zwar geht es um Martin Pepper. Weiß ich nicht. Pepper Martin. So rum. Eigentlich heißt sie Penelope, aber Pepper wird sie halt genannt. Und Pepper ist eigentlich so ein Mädel aus gutem Hause, reich. Und geht nur auf die Uni und studiert Kunst. Weil sie einen reichen Ehemann braucht. So. Ihr Vater ist Chirurg. Und dann kommt es wohl raus, dass ihr Vater, naja, die Versicherung beschissen hat. Ihr Vater sitzt im Knast. Ihre Mutter ist irgendwie auch nicht mehr vorhanden. Und sie muss jetzt Geld verdienen. So. Ihr Verlobter trennt sich von ihr, weil er will natürlich jemand aus gutem Hause nicht mit einer Knastvergangenheit oder so. Also in der Familie haben. Und sie muss jetzt Geld verdienen. Und die einzige Anstellung, die sie bekommt, ist auf einen Friedhof als Fremdenföhren. Und zwar in... Das ist wohl auch ein bekannter Friedhof. Ich kannte den überhaupt nicht. Ich schreibe es euch hier hin, wo der Friedhof ist. Da müsste ich nochmal in Ruhe gucken. Und es ist so, es passiert... Also sie zeigt so diese berühmten Grabmäler. Von wegen, das ist ein berühmter Schriftsteller. Das ist ein berühmter Blablabla. Und halt auch, das ist ein berühmter Mafiaboss. Und sie stößt sich an dieser Gruft. Also diese... Gibt es auch diese typischen amerikanischen Gruften mit diesen Säulen und diesem Dreieckhauschen und so. Stößt sich den Kopf. Und plötzlich taucht dieser Mafiaboss auf. Und erst denkt sie noch, ach komm, das ist ein Schausteller, der verkleidet sich so oder so. Aber sie merkt, es ist wirklich der Mafiaboss. Und dieser Mafiaboss lässt sie auch einfach nicht in Ruhe. Er möchte, dass sie... Ja, dass das Verbrechen an ihm aufklärt. Wer sie ermordet hat. Nur ist das Verbrechen schon, ich glaube, 50 Jahre oder so her. 30, 50 Jahre. Und sie will ihn einfach loswerden. Und er ködert sie dann, indem er sagt, hey, ich hab auch Geld versteckt noch. Du weißt noch nicht wo, aber ich hab Geld versteckt und das bekommst du dann. Ja. Zudem bekommt sie noch einen sexy Polizisten an die Seite. Und einen Typ, den sie in das Krankenhaus trifft. Weil sie denkt, sie hat natürlich einen am... So einen Schaden, einen am Kopf oder so. Trifft sich auch noch einen interessanten Arzt. So viel mehr möchte ich jetzt überhaupt nicht verraten über die Story. Ich glaube, das ist schon ziemlich viel gesagt. Wir haben da noch Schriftsteller, einen Rockstar. Und ich glaube, im neuen Buch ist es eine Patientin. Aber ich bin nicht so sicher. Und Peppa ist einfach witzig, spritzig. Ich mag ihren Humor. Ich mag auch ihre Art, weil sie auch wirklich erstmal so teilweise... Na, sie ist nicht so naiv, aber sie steht halt schon manchmal und denkt sich so, hä? Was wir natürlich auch machen würden, wenn ich plötzlich einen Geist sehen würde. Würde ich erstmal so machen, äh, ja. Und was ich ganz klar finde, es geht fast gar nicht um Erotik. Es gibt so prickelnde Momente. Und ich glaube, es gibt auch im ersten oder zweiten Buch einen Kuss. Erotik ist eher weniger. Aber ich mag die Reihe einfach, weil sie humorvoll ist, weil sie lustig ist. Und es gibt nur ein paar Sachen noch. Schlecht finde ich, Peppa ist ja rothaarig. Also hier ist sie orangehaarig, aber Peppa ist nur rothaarig. Und sie trägt rote Kleidung. Und wer schon mal rothaarig war, weiß, das ist schwierig. Vor allem auch pink ist schwierig mit roten Haaren. Also, weiß ich nicht. Also ich hab mit der Autorin schon mal geschrieben. Und sie ist super, super nett. Und sie hat mich witzigerweise zu einer Autogrammstunde eingeladen. Aber ich kann nicht mal eben so rüber nach Marika fliegen. Also ich will schön, aber hat leider nicht funktioniert. Und ich finde die Cover im Englischen wirklich viel, viel schöner. Ich hab mir schon überlegt, ob ich mir das neueste Buch nicht mehr in Englisch kaufe. Weil ich finde die Cover so wirklich grottenhässig. Also vielleicht findet ihr sie ja hübsch. Ich finde sie unglaublich hässlich. Ich kann euch die Serie aber empfehlen, weil sie wirklich lustig ist. Es ist eine gute Unterhaltung. Ich war geschockt, wie gut es war im Verhältnis zu dem Cover. Und mir gefällt sie. Wie gesagt, ich habe die ersten drei Bücher gelesen. Ich werde auch noch die weiteren lesen. Und das ist mein Buchtipp an euch. Und das ist mein Video, glaube ich, Nummer zwei. Tschüss!